Und hey Homel, lieben TV-Freunde! Ja, ihr seht schon, Splatoon, diesmal ist es ein Special Part. Und sagen, werde ich es euch in, ja, zwölf Minuten Cut zert. Also, beim Video, bis gleich. Gut, doch nicht zwölf Minuten, aber ich zeig euch einfach mal, warum das ein Special Part ist. Ich bin gerade in einem Livestream drinnen, da könnt ihr gerne auch mal vorbeischauen. Und da wird halt Splatoon gestreamt, mit einem anderen Streamer und da werde ich dann halt auch reinscheunen. So Leute, gleich ist es soweit. Der Stream rennt nebenan. Natürlich ist nicht alles ganz genau live, aber, ja. Ja, manchmal werde ich auch kurz mal mein Handy vor die Kamera halten, damit ihr ein bisschen was vom Stream sehen könnt. Ähm, ja. So, jetzt warte ich nur noch, bis er eine Lobby erstellt hat und dann kann ich schon losgehen. Bis dahin werde ich Cutten. So Leute, da bin ich auch schon. Derweil sind Schmiep, CST, Mr. Kitty, ich, dann Atomding, FL-Ecky, das ist auch ein Streamer, denn heute ist ein Together-Stream. Und Drakel, das ist der Hauptstreamer für mich. Und Atomding gehört zu Ecky. Mr. Kitty, Schmiep und ich gehören zu Drakel. Gut, diese Wartezeit schneide ich mal. Und bis gleich. Techno und Tommy. Und go, das erste Match in diesem Together-Stream. Gut, äh, habe ich das Spiel lange nicht mehr gespielt. Gut, aber ich bin mit dieser Waffe am Start. Mit den Hydranten. Ich weiß nicht, den habe ich schon mal gespielt, aber das Let's Play neigt sich dem Ende zu. Ach, Goldfisch. Okay. Da oben steht der Tommy, nicht der Schmiep. Der Tommy. Das ist vom Tommy die Lieblingswaffe. So, ich habe die Kanone. Nein! Haha, nein! Hilft mir doch, Mann! Bitte! Ich komme da nicht hoch. Boah. So, jetzt weiter. Nein! Ah! Ah, shit! Aber ich habe uns sehr weit gebracht, würde ich mal sagen. Das Team leckt gerade. Okay. Oh, der braucht Unterstützung, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. So. Nein! Nein, 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 nein! Nein! Tommy! Mann! Du gehst mir auf die Zeiger mit deinem Hydrant-Se. Ich schau' auch immer wieder in den Stream rein, denn der ist schon interessant für mich. Ich weiß nicht, was für die Geräusche ich da von mir abgebe, aber... Wo ist die Kanone hin? Holy crap! Ich komme da nicht hoch, aber ich glaube, ich sage das am Startpunkt! Ah, ja. Du willst also auf die Harte-Tour, oder? Da hinten steht er, ja, da hinten... Tommy! 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 Das hat alles verfehlt! Ah! Haha! Ich weiß nicht, das Stream ist die ganze Zeit am Leggen! Es hängt, ja! Wir haben doch schon in den Chat geschrieben. Warte, da schreibe ich auch kurz. Es... hängt. So. Gut. Sorry für die kleine Unterbrechung, aber das musste jetzt einfach mal in den Chat geschrieben werden. Nein! Tommy! Woaaah! Shit! Mann! So. Ja, Twitch macht wieder mal Probleme! Ist ja toll, oder? Shit! Jetzt weiß ich halt, wo ich bin. So. Oh, der Sniper, der Sniper. Also Techno. Oder hat ja auch jemand den Sprudelschmapper. Was, da kann man auch hoch? Seit wann? Damn. Und Explosion. Ah, der Sniper, der Sniper. Der Sniper. Nein. Mann. Sonst werde ich mir gleich den Stream anhören. Der dürfte jetzt ja hinten nach... Oh, oh shit. Ach, du heilige. Ja, ja, ja. Was? Was? Jawoll, ey. GG. Gut, ich cutte jetzt schon, denn ich möchte so viele Matches wie möglich in den Part bekommen. Okay, Leute, irgendwie wurde gerade alles geschlossen. Aber gut, der Stream hat auch gerade verkackt. Und anscheinend wurde das Match jetzt auch geschlossen. Ich schäune mal schnell wieder. So. Ups. Und wieder auf der Pinakothek. Und wieder auf der Pinakothek. Diesmal mit dem Dünaroller Metallic und der Stream läuft wieder. Gott sei Dank. Und wieder auf der Pinakothek. So. Also, wie gesagt, Splatoon neigt sich dem Ende zu. Mein Bruder hat ja schon in den Kanalbeschreibungen geschrieben, wie viele Parts circa. Wollte ich eigentlich gar nicht, aber okay. Wenn er es schon gemacht hat, dann akzeptiere ich es auch. Okay, und der hat mich eigentlich nicht getroffen, aber egal. So. Ich glaube, ich werde erstmal meine Spezialwaffe aufladen, damit ich schon mal effektiv sein könnte. Ich glaube, er gefällt mir auch. Habe ich das schon mal gesagt? So. Boots. Und... Nein, Tommy! Smile hat es ins Bettling-Deko. Diesmal nicht in Hydranten. Ich glaube, ich stelle mich auf den Turm rauf, so als Verteidigung. Weil ich glaube, die da drüben brauchen gerade ein bisschen Unterstützung. Oh ja, und wie. Armer Drakel. Boots. 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 Als ob der das gerochen hat. So, Drakel hat die Goldfischkanone, das ist gut. Das ist zuckersüß. Nein, Sniper! Boots. Was? Leck mich doch am Arsch. Alter Schwede. Wir sind gnadenlos unterlegen. Boots. Und... Ja! Tommy! Verdient! So. Und... Boots. Rackle ist hinter mir? Nein. Ach, Mann, hey! Ich nehme jetzt auch gleich eine Sniper. So, da. Ich mache dir den Weg frei. Nein! 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 Boots! Geh weg! Money! Jetzt kann ich aber mal... Jetzt habe ich mal kurz in den Stream geguckt. Wegen meiner Aktion davor hin. Ach! Das war ja schon bevor. Okay. Mann, Leute! Jetzt unternimmt doch was gegen diese Scheißkanone! Jawohl! Nein! Boah! об mirauen! Ah! Okay. Oh! 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 die Kuhl sie entfallen er was mache ich hier ich habe jetzt zu ihm geschaut was mit einmal nichts auf er hat sich aber auch vorbei letzte Schocks Leute jetzt nochmal alles geben so na wo ist er da ich beschütze dich weg mit den ist er weg nein ach komm ja GG auf jeden Fall gut ich habe meine Sniper genommen ja bei der Map dürfte die überlegen sein ich habe klar dass er nur jetzt eine wertreichende Sniper nimmt es war so was von klar so stelle ich mich schon mal hier hin so er hat die Zieleliter genauso wie ich okay also Zieleliter 3K SE hat er hat er hat er hat er hat er hat er so ich will mal sagen hier hin und zu holen schauen dass ich den Abbau schätzt jawohl steht schon wieder einer aber diesmal nicht Techno das Techno Disconnect hatte ich schau jetzt mal drauf ihr habt Techno hatte glaube ich ein Disconnect ok 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 BAM! Oh, du schweißer! so die Aktion und ich hoffe noch mal im Stream sehen gut gettet jawohl jetzt sagen sie jetzt zuerst schädlich schädlich so an Copets Games HQ okay dass man dort spawnt wusste ich gar nicht also jetzt nicht im Standardmodus aber im Turnkommando ist man da nicht früher hier oben gespawnt? was? okay shit ich bin jetzt ganz schön schnell unterwegs mit meiner Kleidung ich bin jetzt seht ihr eh schon so ich lade schon mal mein Tintferno auf für den Fall so okay oh shit oh shit ich diene zur Ablenkung shit die Aktion muss ich dann nochmal im Stream sehen hey das war ja mal endgeil was ich so gemacht hab ich bin ich bin ich bin ich bin money ich hab den Turm schon mal weitergebracht das ist das Gute ich glaub nach dem Match werde ich den Part schon beenden aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht kann ich mal so sagen ne so ich gehe wieder vor so keine Angst keine Angst nein man man es gibt's doch nicht ich sehe grad im Stream fällt wieder das Wort Pizzasuppe ja das wurde zum Trend seitdem wir über Essen gesprochen haben shit Mist Mr. Kitty 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 so ich glaube ich muss mich jetzt darum kümmern huah puh cool nein wie jetzt hey Tommy ich glaube für dich muss ich eine extra Bestrafung ausdenken ich glaube für dich muss ich eine extra Bestrafung puh da war ein eigenes Geld drauf nein nein Mann Tommy Mami steht da jemand oben schnell Miene drauf so perfekt so kommt Leute ich sichere hier schon mal alles nein 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 he 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 hop pop ja weil mein Skill kehrt zurück! So, dann springe ich mal als Techno auf den Turm. Oh, shit, ich habe ein Riesenproblem. Fast wäre ich da noch durchgekommen. Verlängerung! Wir dürfen das jetzt nicht verlernen. Verlernen! Mann! Jetzt versagt es Deutsch. Jawoll! Ja! Ja, Leute! Das war ein spektakulärer und spaßiger Part Splatoon. Was meint ihr? Und die nächsten drei Parts werden die Finalen sein. Yo, tschüss, Leute! Haut rein! Nicht verlinke, Drackel.